Hallöchen Leute und willkommen zu einem kleinen Podcast, will ich es jetzt mal nennen. Vorneweg, das hier ist jetzt erstmal nicht irgendwie als regelmäßiges Format oder sowas geplant, außer irgendwie das Community-Interesse wäre daran riesig, aber ich vermute es mal nicht. Aber ich wollte einfach nur mal mit diesem Video meine Meinung und meine Gedanken zu einem ganz bestimmten Thema loswerden, weil so die letzten zwei Tage die YouTube-Welt, sag ich mal, so ein bisschen bewegt hat. Ich möchte nicht sagen die Welt, denn das wäre falsch, aber die YouTube-Welt. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Und zwar, die meisten werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, die auch meine sozialen Kanäle verfolgen. Vor zwei Tagen hat der Simon seine Kanäle ungespielt und ungefilmt dichtgemacht. Wegen Problemen mit seinem Netzwerk, mit Mediakraft. Und hat im gleichen Zug einen neuen Kanal aufgemacht, wo er dann quasi weiterhin seine YouTube-Videos halten wird. Allerdings seine alten Kanäle quasi dichtgemacht und alle arbeiten auf den neuen Kanal verlagert. Auf Unge heißt er jetzt nur noch. Das Video, ich glaube, da auf die Punkte von Simon möchte ich als erstes eingehen und dann da ein bisschen was vielleicht zu erklären, vielleicht meine Gedanken dazu äußern, vielleicht auch ein bisschen was verständlicher machen für einige Leute, die da noch nicht so ganz den Überblick haben. Ich denke, das ist ganz besonders wichtig, dass man in so einer Situation sich entsprechend informiert, bevor man sich irgendwelche voreiligen Meinungen bildet. Simon sagte in seinem Video, dass er höchst unzufrieden ist mit dem Mediakraft-Netzwerk, wie er davon behandelt wurde. Dass er das so nicht mehr durchziehen will und stattdessen lieber die Kanäle dicht machen möchte. Da ging es um Sponsoring-Beträge, Verträge und Beträge in fünfstelliger Höhe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die nicht eingehalten wurden. Da ging es um Drohungen, dass der Simon in die Privatinsolvenz getrieben werden sollte. Wie genau das aussehen soll, seien man auch dahingestellt. Aber die Drohungen sind laut Simon da. Allgemein eben, dass keinerlei Support vom Mediakraft-Netzwerk, vom MCN, da zur Verfügung gestellt wurde. Das im Endeffekt nur ganz groß abkassiert wurde. Es sei dazu gesagt, bei den Views, die Ungespielten und Ungefilmt machten, das waren 30 Millionen Views knapp im Monat, kann man durchaus davon ausgehen, dass es sich hierbei auch für Mediakraft um einen monatlichen fünfstelligen Betrag handelt, den die da quasi eingenommen haben mit den Kanälen. Und genau, eben Simon war nicht mehr zufrieden mit der ganzen Geschichte, hat den Vertrag quasi, muss man so sagen, da komme ich aber auch nochmal drauf zu sprechen, den Vertrag mit seinem Netzwerk vorzeitig und einseitig aufgelöst, kann man so sagen. Wie gesagt, da komme ich später nochmal genauer drauf zu sprechen, um das zu erläutern. Und ging nochmal mit einer direkten Nachricht dann an Mediakraft und mit dem, was ihm da auf die Eier ging, um es mal auf gut Deutsch auszudrücken. Es wurde auch gesagt im Video, dass es Versuche gab von Simon, freundlich, beziehungsweise persönlich mit Mediakraft zu reden und auf diese Versuche nicht eingegangen wurde. Um mal quasi jetzt das Video zusammenzufassen. So. Jetzt meine Gedanken und Meinungen dazu. Ich versuche das einigermaßen sortiert zu halten, aber die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein fürchterlich unsortierter Mensch bin. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das alles ein bisschen chaotisch wird, aber ich versuche es nach bestem Wissen und Gewissen und nach besten Fähigkeiten einigermaßen sinnvoll euch darzulegen. So. Zum einen, zur Mediakraft selbst, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein beliebtes Netzwerk. Es war auch nicht unbedingt ein beliebtes Netzwerk vor dem Vorfall. Ich erinnere da zum Beispiel an LeFloid, der seinen Vertrag quasi gekündigt hat und das Netzwerk verlassen hat, Schrägstrich verlässt. und entsprechend mit dem Netzwerk dann nicht mehr viel zu tun haben möchte. Es gab in der Vergangenheit schon viele, viele, viele... Was heißt viele? Nee, das ist eigentlich gelogen. Es gab relativ wenige Informationen zum Netzwerk. Allerdings viele Gerüchte und eben auch viele Erfahrungsberichte von Leuten, die im Netzwerk waren und sich nur getraut haben, anonym da tatsächlich irgendwelche Infos preiszugeben, Ich erinnere mich dran, dass der Jokognito vom Videoamt, ich glaube vor drei Jahren, da schon Videos zugemacht hat, dass da schon mal sehr merkwürdige Geschäftspraktiken ausgingen von Mediakraft. Und durch diese ganzen Vorfälle war schon ein bisschen das Misstrauen da, möchte man sagen. Allerdings war nie so wirklich der große Hammer gefallen, sag ich mal, wo dann auch der Großteil der Leute darauf aufmerksam gemacht wurde, dass in dem Netzwerk vielleicht nicht alles so läuft, wie es laufen soll. Ich habe selbst ein wenig Erfahrungen mit Mediakraft gemacht, nicht wirklich tiefgehende Erfahrungen, das klingt falsch, nicht wirklich große, viele Erfahrungen, kann man das so sagen, ich glaube, das ist besser. Und bisher hat sich das mit meinem Eindruck immer so ein bisschen gedeckt, muss ich dazu sagen. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wer hat da wie irgendwelche Verträge wann genau gebrochen? Und das ist eine Sache, und das sage ich euch, und das sage ich jedem, der sich da irgendwie in dieses Thema einsteigt und reinspringt und gleich auf den Hashtag-Zug Freiheit komplett aufspringt, das ist ein Thema, was die Community nicht entscheiden wird. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Ich bin definitiv auf Simons Seite. Ich stelle mich da auf jeden Fall solidarisch, denn wie gesagt, Mediakrafts Geschäftspraktiken sind bekannt, einigermaßen. Jetzt sind sie, glaube ich, mehr bekannt als früher. Und ich habe da schon vor, kurz quasi nachdem sie gegründet wurden, nachdem da die ersten Berichte ans Tageslicht kamen, habe ich mir schon gedacht, au weh, au weh, wenn es da mal nicht noch Probleme geben wird. Und genau vor diesen Problemen stehen sie jetzt. Also ich stehe wirklich hinter Simon. Aber ich betone noch mal, das ist kein Streit, und das wird ein juristischer Streit werden, da bin ich mir hundertprozentig sicher, das ist kein Streit, den die Community ausfechten wird. Das wird ein Streit zwischen Anwälten werden, da bin ich mir auch sehr sicher, aus mehreren Gründen, beziehungsweise aus einem Grund. Mediakraft wird nämlich den Simon nicht aus dem Vertrag lassen. Das wäre auch totaler Schwachsinn, denn Mediakraft würde dadurch einen Haufen Geld durch die Lappen gehen. Und ich rede da nicht nur von dem Geld, der von den Kanälen durch die Lappen geht, sondern eben auch von Investorengeld. Denn auch die Investoren von Mediakraft sehen, oh Scheiße, da geht was gerade fürchterlich in die Hose und die Partner springen ab, da stecke ich kein Geld mehr rein. Und das ist für ein Netzwerk in dieser Größe ein ziemlicher Genickbruch. Das wollen die natürlich um jeden Preis vermeiden. Wäre jedenfalls zu erwarten, wenn sie das nicht vermeiden wollten, würden sie irgendwie was falsch machen, ganz dringend. Denn so ein Unternehmen nähert sich von Geld. So läuft es halt mal. Und ich denke nicht, dass die darauf verzichten wollen. Das heißt, ich gehe schwer davon aus, dass sich da sowohl Simon als auch Mediakraft auf einen Rechtsstreit einstellen dürfen. Wer jetzt im Endeffekt im Recht ist und wer nicht, kann ich nicht beurteilen, kann niemand beurteilen. Im Endeffekt, so böse es klingt, steht hier Aussage gegen Aussage. Man kann entweder der einen Seite glauben oder man kann der anderen Seite glauben. Ich habe mich persönlich dazu entschieden, der einen Seite mehr zu glauben, da, wie gesagt, ich schon gewisse Erfahrungen mit Mediakraft hatte. Und im Endeffekt müssen wir dann, beziehungsweise müssen nicht wir schauen, sondern müssen dann die Anwälte der beiden Parteien im Endeffekt schauen, wo da Beweise vorliegen, wer Verträge gebrochen hat. Denn, das muss man ganz klar sagen, wenn ein Netzwerk zugesprochene Sponsorings nicht einhält, wenn ein Netzwerk allgemein Vertragsklauseln selbst nicht einhält, ist das auch ein Vertragsbruch von Netzwerkseite. Und es muss durchaus geprüft werden, ob die Netzwerkverträge, wie sie bisher bestehen, überhaupt tatsächlich gesetzliche Gültigkeit haben. Denn das ist ein Thema, das schon seit Jahren vorherrscht und bisher noch nicht geregelt ist, einheitlich. Es gibt durchaus Netzwerkverträge, die keinerlei gesetzliche Gültigkeit besitzen, das aber niemand so richtig weiß. Beziehungsweise man es vielleicht weiß und man einfach nichts dazu sagt oder tatsächlich komplettes Unwissen darüber herrscht. Und da hoffe ich mal, dass diese Situation vielleicht jetzt auch einfach der Auslöser ist, damit es da mal ein bisschen einheitlichere Regelungen und bessere Gesetzmäßigkeiten der Netzwerkverträge gibt. Das ist, wie gesagt, bisher noch kein Thema, das so richtig durch ist. Da haben sich noch keine großen Anwälte drum gekümmert oder sowas. Das ist im Endeffekt alles noch gut dünken und noch nicht wirklich durchgeklärt, ob das alles gesetzmäßig ist. Das muss geklärt werden, definitiv. Das wird auch was sein, was sehr wahrscheinlich vor Gericht geklärt wird. Und dann muss eben die große Frage geklärt werden, wer hat den Vertrag tatsächlich gebrochen? Und wenn ihn beide Parteien gebrochen haben, wer hat ihn zuerst gebrochen? Und das wird, wie gesagt, was... Ich finde es cool, wie die Community hinter ihm steht, wobei ich da gleich auch noch was dazu sagen möchte. Ich finde es auch gut, dass viele YouTuber da solidarisch sind. Aber so Parolen wie... Ich habe da irgendwas gelesen von wegen, das Rechtssystem hat keine Chance gegen unsere Community oder sowas. Und da muss ich einfach sagen, nee, nee, das stimmt so nicht. Tut mir leid. Das stimmt leider überhaupt nicht. Wir haben... Die gesamte YouTuberschaft hat keinerlei Macht, das Rechtssystem umzuwerfen. Das werden Richter am Ende entscheiden und Anwälte. Und leider, leider nicht die Community. Vielleicht auch zum Glück nicht die Community, wenn ich mir einige andere Posts durchlese, die da etwas aggressiver sind. Und jedenfalls möchte ich da nochmal zusammenfassen. Wie gesagt, ich stehe definitiv hinter Simon, hinter der Entscheidung, denn ich kenne auch Mediakrafts Geschäftspraktiken und das, was da die letzten Tage noch an Indizien, sag ich mal, rauskam, spricht auf jeden Fall nicht für Mediakraft an sich. Und genau, das zu dieser Sache. Dann zu einer weiteren Sache ist, wo ich auch weiß, dass sich viele Leute sehr drüber aufregen, ist das Unverständnis von einer Außenseite, sag ich mal. Man liest auf vielen Seiten, wie jetzt zum Beispiel der Welt, der Bild oder ich glaube auf dem Stern wurde das auch gepostet. Da liest man halt viele Kommentare von wegen, ja, was interessiert mich das, wenn irgend so ein Hampel da einen Rechtsstreit hat? Oder was interessiert mich das, wenn der auf einmal kein Geld mehr verdient oder so weiter? Das ist nicht übel zu nehmen, sag ich ganz gleich. Es sind Kommentare, die mich auch so ein bisschen ärgern, weil ich eben auch aus der YouTube-Szene komme, wie der eine oder andere weiß. Aber es sind auch durchaus verständliche Kommentare. Denn auch wenn das viele Leute auch wieder nicht ganz wahrhaben wollen und ich weiß nicht, ob ich da einfach ein bisschen zu sehr in der Realität fuße oder ob ich einfach zu oldschool bin, aber YouTube gehört noch nicht zum sogenannten Mainstream-Media. Das heißt, es mag viele Millionen Leute interessieren, aber die ganze Sache interessiert eben viel mehr Millionen Leute nicht und das wird halt auf diesen klassischen Medienseiten, sag ich mal, durchaus klar. Und das ist da definitiv nicht übel zu nehmen. YouTube in diesem Ausmaß existiert erst seit ein paar Jahren. Das Ganze ist eine komplett neue Geschichte, gehört, wie man manchmal hört, zu New Media, zu den neuen Medien. Und es hat sich definitiv noch nicht in irgendeiner Medienlandschaft so richtig etabliert. Es ist auf dem besten Weg dahin, versteht mich nicht falsch, und es ist verdammt groß und kann definitiv den klassischen und traditionellen Medien mittlerweile schon die Stirn bieten. Aber das ist eben noch nicht in den Köpfen der Masse so angekommen. Und bis es soweit ist, wird es definitiv noch ein paar Jährchen dauern, bis auch YouTube, sag ich mal, auf einer Ebene ist mit den klassischen Medien. Und damit spreche ich jetzt nicht von der Qualität. Versteht mich da bitte auch nicht falsch. Ich persönlich bin kein Freund der klassischen Medien. Ich bin, wenn ich mich informiere, dann primär wirklich über neue Medien, über Videos, über interessante Podcasts. Sowas wie Vsauce zum Beispiel, wo man sich einfach so ein bisschen Wissen vermittelt, weil man halt auch vielleicht nicht die Zeit hat, für jetzt riesig da einen Aufstand zu machen, in irgendwelchen Büchern zu wälzen. Sowas schaue ich halt lieber als irgendwelche Zeitungen oder sowas. Beziehungsweise irgendwelche Fernsehkanäle. Leute, das ist mein Entertainment-Programm, das ist mein Wissensprogramm, nicht nur YouTube natürlich, aber in meinem Kopf ist das halt schon drin. Und wie gesagt, ich würde es sehr begrüßen, wenn wir endlich mal auf gleicher Augenhöhe mit den anderen Medien stehen. Aber soweit sind wir halt noch nicht. Und das merkt man halt auch ganz klar in den Kommentaren, die da kommen. Von daher, da jetzt wirklich sagen, ey, du hast keine Ahnung, bis vor der Spast geht dein RTL gucken, ey. Kann man halt so auch nicht sagen. Weil wie gesagt, es ist einfach noch nicht Mainstream, was wir hier tun. Es ist noch eine Nische. Eine sehr große Nische, eine richtig große Nische, aber eine Nische. Und das muss auch den Leuten so ein bisschen klar werden, würde ich sagen. Von daher würde ich das da keinem wirklich übel nehmen, wenn das da von der Seite ein bisschen belächelt wird. Man kann es auch keinem übel nehmen, wenn man sagt, als komplett Außenstehender, ja, Mediakraft ist ja im Recht, hätte Simon sich den Vertrag besser durchlesen sollen. Auch da, das sind die Leute, die nicht mit den gleichen Informationen arbeiten, schrägstrich arbeiten können, wie YouTuber, wie wir zum Beispiel, die schon ewig in dem Thema sind. Die selbst in Netzwerken sind. Die selbst schon in mehreren Netzwerken waren, wie es bei mir zum Beispiel der Fall war. Und da kann man gar nicht derartig differenzieren. Das heißt, die sind dann auch nicht unbedingt im Unrecht. Die sehen, was sie bekommen und denken sich, okay, da ist jemand, der hat keinen Bock mehr auf das Netzwerk und geht deshalb. Und das Netzwerk will seine Rechte entsprechend einlösen, sag ich mal. Und da denkt sich ein Außenstehender, ja, okay, gut, Vertragsbruch ist das Netzwerk im Recht. Und für die ist das Thema dann beendet. Dass dann auch ganz andere Faktoren mitspielen, das ist da gar nicht mit dabei. Und wie gesagt, das möchte ich nicht übel nehmen. Denn nicht jeder ist so im Thema YouTube drin, wie eben die Leute, die auf YouTube unterwegs sind. Ist einfach mal so. Nicht jede Person auf diesem Planeten hat die gleichen Interessen. Auch wenn das einige Leute jetzt echt vom Stuhl hauen wird. Aber ist tatsächlich so. Ist wirklich so. Und wie gesagt, das da definitiv nicht übel nehmen, würde ich mal sagen. Was ich sehr stark verurteile, dahingehend ist, es sind die Leute, die einfach auf einen total irrsinnigen Hate-Train aufsteigen. Die einfach nur an Mediakraft selbst oder an irgendwelche Mitarbeiter dort oder sogar an YouTube-Partner, die bei Mediakraft sind, irgendwelche Hass-Tiraden losschicken, irgendwelche Todesdrohungen. Ich glaube, der Christoph Krachten hat da ziemlich viele Todesdrohungen erhalten und sowas. Und das geht einfach mal gar nicht. Meine Herren, ich meine, es ist klar, ihr wollt jetzt euren YouTuber unterstützen. Und mit ihr meine ich jetzt nicht unbedingt jeden von euch, um Himmels Willen. Sondern ich spreche damit ganz klar die Leute an, die auf diesen blinden Hate-Train aufgesprungen sind. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Und speziell, was ich auch gehört habe, ist halt, dass irgendwelche Mails an andere YouTuber gangen, die mit der Sache gar nichts zu tun haben, sondern einfach nur bei Mediakraft sind. Und das ist eine absolute Katastrophe so ein bisschen, weil die können da nichts für. Die können da wahrscheinlich sogar am wenigsten für, außer dass sie irgendwann mal einen Vertrag unterschrieben haben. Viele von denen sind vielleicht auch unzufrieden und wollen da raus und können einfach nicht und kriegen dann auch Mails von irgendwelchen Leuten, von wegen, wie scheiße sie sind, weil sie bei Mediakraft sind. Das ist ein bisschen Kacke, um es mal freundlich auszudrücken. Das ist ein bisschen Kacke von den Leuten. Deshalb, um Himmels Willen, falls irgendwelche Leute hier zusehen, die auf diesen Hate-Train aufgesprungen sind, lasst es bitte bleiben. Drei Gottes Namen. Kann man nicht machen so was. Das ist absolut unterste und asoziale Schublade. Und was man auch dazu sagen muss, viele Leute denken ja, ja, ich bin anonym im Internet, kein Problem. Nee. Solange ihr nicht entsprechend viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen habt, bevor ihr irgendwelche Kommentare gepostet habt. Und ich betone nochmal, ich spreche da über die Leute auf dem Hate-Train, nicht über euch alle. Obwohl, dass sich eigentlich jeder im Hinterkopf verhalten sollte. Egal. Solange man da nicht ganz viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, bevor man so einen Kommentar losschickt oder irgendeinen fetten Post auf Facebook losballert oder irgendwelche Hate-Accounts aufmacht, dann seid ihr nicht anonym. Also so gar nicht. Und im schlimmsten Fall kann man dafür belangt werden. Ist jetzt meines Wissens noch nicht wirklich aufgetreten, dass irgendjemand wegen einem und das war gerade mein PC, tut mir leid, dass irgendjemand wegen einem YouTube-Kommentar wirklich vor Gericht gezogen wurde. Wegen Beleidigungen oder Morddrohungen. Aber es kann passieren. Und dann seid ihr nicht mehr so anonym. Und dann steht ihr da und wisst nicht mehr, was ihr sagen sollt. Dann habt ihr ein Riesenproblem. Deshalb, auch allein von rechtlicher Seite, um Himmels Willen, macht sowas nicht. Macht sowas nicht. So ein dummer Troll- oder Hate-Kommentar kann fürchterliche Konsequenzen nach sich ziehen, die man in diesem Moment vielleicht gar nicht so im Sinn hat. Also wirklich fürchterliche Konsequenzen fürs gesamte Leben. So ein Kommentar kann einem das ganze fucking Leben verbauen. Deshalb nicht machen. Ist nicht gut. Gar nicht gut. Man ist nicht so anonym im Internet, wie man denkt. Und das wollte ich dazu auch nochmal gesagt haben. Lass die Scheiße bleiben. Das ist voll dumm. Ansonsten, was habe ich noch dazu zu sagen? Ach so. Es wurde sich auch viel darüber aufgelegt, dass der Hashtag Freiheit benutzt wurde. Und ich sage ganz ehrlich auch, ich fand es und finde es auch immer noch ein bisschen zu krass, so ein Hashtag für so eine Sache zu verwenden. Denn, ich weiß nicht, würde sich jetzt irgendein Staat von seiner Diktatur lösen? Dann ja. Aber bei sowas, ich weiß nicht. Und auch der Simon hat in einem Facebook-Post gesagt, dass das nicht wirklich so geplant war, sag ich mal, dass er den Hashtag quasi nur aus Spaß benutzt hat und dass er dann eine Eigendynamik entwickelt hat. Ist okay. Ist auch verständlich, wenn man sagt, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass das drei Tage lang in den Trends ist und sonst was. Aber wie gesagt, den Hashtag an sich finde ich ein bisschen komisch. Aber na ja. Und ja, genau. Das waren so meine Eindrücke von der Situation. Ich hoffe, ich konnte alles noch mal so ein bisschen schildern. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch sagen. Zum Thema Netzwerke im Allgemeinen. Es gibt ja viele Leute, die nicht wirklich wissen, was ein Netzwerk ist. Ich denke, der Punkt wurde jetzt schon wirklich tausendfach geklärt. Es ist im Endeffekt ein Plattenlabel für YouTuber. Ich denke, Simon hat es da am besten ausgedrückt. Und ich möchte da eine Sache loswerden. Nicht jedes Netzwerk ist scheiße. Auch wenn das jetzt einige Leute so im Sinn haben und sagen, alle MCNs sind voll kacke, die wollen allen nur Geld. Ja, natürlich wollen die Geld. Aber die YouTuber wollen halt auch Geld. Und die YouTuber wollen halt primär nicht den Aufwand haben, speziell Let's Player, sich für jedes fucking Game irgendwelche Lizenzen zu holen, sich für jedes fucking Musikstück da Lizenzen zu holen, sich selbst irgendwie supporten, wenn es Probleme mit YouTube gibt und so was. Dafür gibt es halt Netzwerke. Und dafür ist es halt auch wichtig, dass man im Netzwerk ist, dem man vertrauen kann. Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel sehr zufrieden mit Studio 71. Das habe ich ja schon auf Twitter gepostet. Der Anfang war etwas holprig. Es hat ein bisschen gedauert, bis alles wirklich gepasst hat. Was ich persönlich so ein bisschen drauf schiebe, weil das Netzwerk komplett neu war damals. Das wurde ja quasi komplett neu aufgezogen. Und dass die Erfahrung nicht da war, war verständlich. War nicht ganz glatt gelaufen, die Anfangszeit. Aber mittlerweile bin ich da halt hundertprozentig zufrieden mit. Ich kriege da jeden Support, den ich brauche. Selbst mit meinen, in Anführungszeichen, nur 85.000 Abonnenten. Wenn ich, ich habe letztens gefragt zum Beispiel, ich habe gesagt, ich will ja dieses Smash Brothers Turnier, Wii U, will ich gerne mal lokal machen, nicht übers Internet. Und da habe ich halt gefragt, wäre es möglich, eventuell einfach mal das Studio dafür zu nehmen für zwei Tage? Und da wurde gleich gesagt, Ja, klar, mach uns da mal ein Mail fertig und dann gucken wir, wann das geht. Finde ich halt absolut klasse, muss ich sagen. Das ist auch etwas, was sich jeder neue YouTuber und jeder Alt-YouTuber auch, der vielleicht ein neues Netzwerk sucht oder sein Netzwerk wechseln will, redet mit anderen Leuten, die in den Netzwerken sind, redet mit denen, ob sie zufrieden sind. Muss ja nichts Öffentliches sein, irgendwie privat über Skype oder sowas. Redet mit denen, ob sie zufrieden sind. Und wie viel Geld sie verdienen werden, soll ich nicht sagen dürfen. Aber ob sie zufrieden sind mit dem Support, ob sie zufrieden sind mit den Verträgen und um Himmels Willen. Und ich weiß, das hat auch jeder jetzt zigtausend Mal geschrieben. Unterschreibt keine Verträge, die euch ewig binden. Macht das nicht. Keine Zwei-Jahres- oder Drei-Jahres-Verträge oder sowas. Das ist eine furchtbar lange Zeit auf YouTube. Und es ist ein Garant dafür, dass man sich früher oder später irgendwann in die Scheiße reitet. Von daher, besser nicht. Und ja, genau, das wollte ich nochmal dazu sagen. Nicht jedes MCN ist scheiße. Es gibt durchaus Problempunkte. Dieser Shitstorm ist auch nicht der erste in der Geschichte YouTubes. Im internationalen Bereich gab es schon viele, viele, viele Probleme mit Netzwerken. Sogar relativ kürzlich. Auch großen Netzwerken, die da wirklich Probleme gemacht haben. Ich denke, es war nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch deutsche Netzwerke trifft. Vor allen Dingen, wenn deutsche Netzwerke mittlerweile solche Dimensionen wie Mediakraft annehmen. Da war es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis sowas hier auch passiert. Man sollte da auf jeden Fall differenziert rangehen. Springt nicht auf irgendwelche Hate-Züge auf. Es ist auf jeden Fall berechtigt, eine Meinung zu haben. Es ist auch berechtigt, eine fundierte Meinung zu haben. Nur was ich absolut nicht als berechtigt empfinde, ist blind einfach irgendwelchen Leuten Morddrohungen zuzuschicken oder sie zu beleidigen. Das geht überhaupt nicht. Und ja, würde sagen, das war es von diesem Podcast, der jetzt, keine Ahnung, 27 Minuten dauert oder sowas. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich da ein regelmäßiges Format draus mache. Wahrscheinlich nicht. Aber schauen wir mal. Vielleicht ergibt sich ja was. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.